Tag zusammen, hier ist Markus Brüche, der Kölscher Schatzsucher. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Ich bin mal wieder seit langem unterwegs auf der Suche wieder nach freien Flächen, um dir wieder ein schönes Römer Video, wie auch immer, mit Römerfunden zu zeigen. Heute Morgen habe ich mal wieder die Zeit dazu gefunden gehabt und habe mir gesagt, okay, setze ich mal einen Waren und schaue mal, ob die Felder frei sind. Und ich muss sagen, es sind wirklich schon wirklich sehr viele Felder frei, aber die sind eigentlich nur gegrubbert, so wie es aussieht. Ja, und jeder, der weiß, wenn ein Feld gegrubbert ist und jetzt bei den Temperaturen, das wird nur Staub und was weiß ich sein, also tiefe Funde machen ist heute wohl nicht der Fall. Wir werden also heute einen größten Teil Oberflächenfunde machen, aber nichtdestotrotz, ich werde mir Mühe geben, um dir ein schönes Video zu machen. Mit schönen Römerfunden, ja, oder das, was ich finde eben halt. Ja, und hoffe, dass heute, ich sag mal, das Wetter so bleibt, es ist ein bisschen bedeckt. Jetzt waren die Prognosen ja für extrem heiß, ja, das wäre natürlich nicht so schön gewesen, aber so ist es eigentlich sehr angenehm. Ja, zu meiner Ausrüstung kurz was zu sagen. Ich werde heute wie immer den Deos nehmen, aber ich werde heute auf dem Acker die elliptische kleine HF-Spule nutzen. Ja, warum? Ja, ganz einfach, weil ich denke, mit der großen, mit dem Pulver werde ich sowieso nicht stief kommen. Für mich ist es jetzt wichtig, eine gute Trennung zu haben, also gerade auf dem Acker werden viele Objekte dicht bei dicht liegen, mitunter auch viel Müll. Ich habe heute mal so die Ackerwahl getroffen. Ich werde heute nur Acker anfahren, wo ich eigentlich noch nie war oder nur dran vorbeigefahren bin, wo ich wusste, es ist was. Und werde gleich, stehe ich schon an einem so einem Acker, werde dann rauf hingucken, ob überhaupt hier was ist. Ja, und dann wollen wir mal weiterschauen. So, an dieser Stelle möchte ich mich nochmal ganz kurz beim Jochen Reifenrad, das ist mein Sponsor. Das ist www.abendteuer-schatzsuche.de Den Jochen, den kenne ich schon seit fast, ich würde mal sagen, 25 Jahren. Er ist einer meiner ersten Sponsoren meines Treffens gewesen, was übrigens in balliger Zeit stattfinden wird. Ich kann ja jetzt hier heute euch kein Datum sagen, wo ich draußen bin, ich weiß ja nicht, wann ich den Film online setze. Also, das wird bald sein und auf dem Treffen wird auch der Jochen sein und dort ist er auch wiederum mein Sponsor für die Tombola. Ihr könnt euch auch da schon mal freuen. Es werden tolle Preise geben auf dem Treffen, es wird eine tolle Rallye geben, es werden tolle Pokale da sein. Eigentlich ein toller Tag. Ja, was wollte ich euch eigentlich noch sagen. Ja, ich werde gleich mein Gerät zusammenbauen und dann werden wir uns auf dem Acker wiedersehen. Ich werde euch dann kurz meine Einstellung sagen. Ich habe ja jetzt eine Action Cam, die hat mir mitunter auch der Carsten, Carsten Konze, also der German Treasure Hunter, mir ein bisschen eingestellt, mir ein bisschen unter der Arme gegriffen, dass ihr wenigstens nicht immer so ein Video habt, wie zuvor, die ich mit dem Handy gedreht habe. Also, aber verzeiht mir schon im Vorfeld, wenn es auch nichts mit der Action Cam gibt. Ich bin, also wie gesagt, ihr könnt mit mir alles machen, nur ich bin kein Freund vom Film. Aber dafür ist ja der Carsten da. Ach so, ja, an dieser Stelle nochmal ein kurzer Aufruf. Carsten und ich machen ja jetzt zusammen wieder ein bisschen zusammen. Ich denke mir mal, wir werden auch ein paar Felder folgen, irgendwann mal machen wieder, um das vorweg zu geben, weil ihr fragt ja immer. Aber im Vorrang steht jetzt erstmal die Auftragssuche. Carsten und ich suchen wie immer Aufträge, Dateis, verlorene Gegenstände, Ringe, Schlüssel, was weiß ich auch immer. Es muss auch machbar sein, das heißt, es darf nicht immer, sag ich mal, eine Strecke von 300, 400 Kilometer dazwischen sein. Das müsst euch auch klar sein. Das hat ja auch was mit dem Kostenfaktor zu tun. Wir fahren, machen das natürlich immer entgeltlos. Und da sind ja schon die wildesten, ich sag mal, Fragen und Antworten im Internet gewesen, warum wir das eine nicht machen, das andere ja. Also es hat da nichts mehr zu suchen. Wir suchen uns nicht die Rosinen aus, wir suchen uns das aus, was machbar ist. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich habe jetzt wohl euch lange genug zugetextet. Das ist ja ja nicht so mein Ding. Wir sehen uns jetzt gleich beim ersten, nee, Quatsch, bei der Einstellung gemacht gar wieder. Also bis dann. So, ich bin auf dem Acker drauf. Bin ungefähr so 30, 40 Meter drauf gegangen, wo ich in etwa den Eintrag einer römischen Besiedlung, also sprich, es kann ein Guthof sein, es kann eine Villa sein, wie auch immer. Ja, und tatsächlich kommen jetzt schon die ersten Ziegel. So, wie ihr sehen könnt, hier. Die eine ist jetzt umgedreht. Es ist natürlich jetzt ziemlich schwer, ihr seht ja selber, ja, der Boden. Tja, alles ziemlich grob gegrubbert. Ja, ziemlich weich alles noch. Es hat in den letzten Tagen ja nicht geregnet. Und wenn es mal ein bisschen geregnet hat, also der Boden ist also noch sehr fluffig und ja, sehr offen. Der Teil ist also, wie gesagt, wie eben schon gesagt, es wird nur in den oberen ersten 5 Zentimeter alles sich heute abspielen. Also tiefe Funde im festen Boden, vielleicht eventuell ein, zwei, aber das meiste wird wirklich nah an der Oberfläche liegen. Aber nichtdestotrotz, ich drehe mal die Kamera ganz kurz auf mich um. Ich habe sie hier am Weitsparten montiert. Werde ich euch jetzt mal meine Einstellungen zeigen. So, zu der heutigen Einstellung vorab. Ich nehme heute mein Ackerprogramm. Das Ackerprogramm habe ich mit dem Werksprogramm Hot generiert. Warum Hot und nicht Tief? Ja, das Hot ist ein wenig, ja, ich würde mal sagen, robuster. Was heißt robuster? Robuster, ich sage mal, nicht so anfällig gegen Störquellen. Das ist nicht so hochgezogen. Das Tief, das basiert eher, ich sage mal, für die Leute, die schon viele Jahre DOS haben, auf der alten Softwareversion V2.0. Das ist natürlich ein sehr gutes Programm, wenn man das sich an die jeweiligen Örtlichkeiten anpasst für die Tiefe. Und da möchte ich auch mal ganz kurz noch was zu sagen. Man wird ja immer gefragt, welche Einstellung ist die beste? Ich sage es euch ganz klipp und klar, es gibt so eine Einstellung nicht. Es gibt nicht die beste Einstellung. Die Einstellungsempfehlungen von mir oder meine Programme, das sind Empfehlungen, das sind Grundeinstellungen. Ihr müsst das so sehen, ihr kommt an einen Ort an. Nicht jeder Ort oder jedes Areal ist gleich mit dem anderen zu vergleichen. Oder auch, du wohnst, ich sage mal, in Hamburg und ein anderer wohnt in München. Da sind die Böden total verschieden. Also müssten auch dort wiederum alle Anpassungen vor Ort vorgenommen werden. Man hat eine Grundeinstellung, die ist okay. Die kann ich euch geben und die könnt ihr auch im Netz überall finden. Und alles andere müsst ihr immer vor Ort einstellen. Ganz wichtig, ansonsten könnt ihr, Ich sage jetzt mal, wenn einer sagt, ich habe jetzt vom Müller eine gute Einstellung bekommen, die könnt ihr eigentlich, wenn ihr Glück habt, da nutzen. Aber in der Regel könnt ihr so vergessen. Ihr müsst die immer vor Ort machen. Aber nicht desto trotz, jetzt sind wir ja hier. Und jetzt werde ich euch meine Einstellung machen. So, wir werden jetzt mal ganz kurz, ihr müsst zwei Sekunden warten. Ich stelle mich mal wieder. Jetzt werden wir den Deus anmachen. Ich hoffe, dass ihr alles sehen könnt. So, wir benutzen den Nautsprecher. Ist ja klar, sonst hört ihr heute nichts. Vorab werde ich aber, bevor ich die Ground Balance mache, gehe ich mal ganz kurz ins Menü. Warum? Ich werde von den 14,4 Kilo hat, sofort auf die 31,3 Kilo hochgehen. So, danach werden wir die Ground Balance machen. So, und die werden wir natürlich über Pumpen machen. So, jetzt gehen wir auf Start und ich werde so machen. So, wir haben jetzt momentan einen Ground Balance Wert, der ermittelt worden ist von 81. Aber ich werde ihn jetzt manuell bis auf 80 zurücknehmen. So ist ein wenig mehr Aggressivität beim Deus erreicht. Also, wenn man die Ground Balance ein bisschen runter regelt, bekommt man auch, ich sag mal, die feineren Pfunde, ja, ein bisschen aggressiver angezeigt. Also, ein bisschen mit mehr Pep. So, aber jetzt werden wir noch in die Experteinstellung von der Ground Balance gehen. Da habt ihr den Bodennotch oben. Den Bodennotch, den werde ich von 90 bis auf 85 runter setzen. Wenn wir hier Koksgestein in der Gegend, wo ich hier eigentlich unterwegs bin, ist immer mit Koks ein bisschen, mit Koksgestein nicht mit dem Koks, was ihr jetzt denkt, ne. Also, mit Koksgestein durchsetzt. Und um da ein bisschen Laufruhe zu bekommen, setze ich ihn dann da runter. So, unten den Notch Sands, den werde ich nicht versetzen. Den lasse ich mal so, wie er ist. So, dann gehen wir hier raus. Wieder ins Menü rein. Dann Eisenlautstärke habe ich auf 1. Warum? Wenn Mischsignale kommen, dann bekomme ich natürlich die leisen Eisentöne mit dem Buntmetall gleichmäßig angezeigt. Ansonsten kann es euch passieren, wenn ihr, ich sag mal, von 1 auf 0 geht, ihr geht ganz raus vom Eisenton. Und für die ein bisschen erfahrenen Suchern, ihr kennt ja den Obermasken-Effekt, das heißt, wenn ein Eisenteil ein Buntmetall überlagert. Und mit der 1 habe ich das Eisenteil noch als Ton da und bekomme natürlich den feinen Buntmetall mit dem Eisenteil als Mischsignal. Ganz wichtig. So, die Reaktionszeit, die haben wir zur Zeit auf 3. Die werde ich auch so belassen. In der Experteinstellung. Man kann jetzt natürlich auch über den Bodenfilter noch ein bisschen Tiefe rausholen. Ich habe ihn jetzt auf 0 stehen. Ich werde ihn aber auf Plus 1 nehmen. So, dann Audioresponse. Der ist dafür da, um tiefliegende Töne, die sehr leise kommen, zu verstärken. Ich würde euch auch empfehlen, den nie höher als 4 zu setzen. Außer ihr habt mal einen Hochpunt gemacht, der wirklich tief liegt. Dann könnt ihr ihn hochsetzen, aber ich würde ihn nicht zu hoch nehmen. Dann, Experteinstellung, die Audio-Setting. Das heißt, das ist für Objekte, die direkt an der Oberfläche liegen, die kommen dann natürlich mit so einem lauten Ton rein. Aber wie gesagt, auf 1 wäre es optimal, die Einstellung. Mehr braucht er nicht. So, den Notch, den habe ich auf 0, weil ich mit NISP hier auf dem Acker mit 5 gehe, also mit meinem Ackerprogramm. So, den Sense, der ist jetzt momentan auf 90. Den werde ich jetzt erhöhen auf 95. So ist das ein bisschen, ihr hört es ja schon, und jetzt fängt er ein bisschen schon an zu zetern an, aber einer, der es gewohnt ist, also so kriege ich natürlich auch die ganz feinen Signale angezeigt. So, das war jetzt heute meine Einstellung und wie gesagt, jetzt werde ich meine erste Bahn gehen und wir werden uns spätestens dann beim ersten Fund wiedersehen. Bis, naja. Wir sind jetzt beim ersten Signal. So, ich zeige es euch mal. Wir haben hier einen Leitwert von 74. Ganz stabil, ganz sauberes Signal. Also, mit dem Signal und nach der Lautstärke können wir schon jetzt sehen, dass das ein Oberflächenfund sein wird. Also, ich werde auch nicht graben brauchen. und ja, werde jetzt nur den Pinpointer eigentlich im Einsatz haben. Hoffe das zumindest, oder ansonsten muss ich im Gramm. Aber hier auch schon, wenn man richtig hinsieht, man muss es umdrehen. Jetzt kann man es besser sehen, auch wieder ein römischer Ziegel. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo das Objekt ist. Ja, hat er es noch nicht genommen. Okay. Okay. Ja, und so wie ich auch schon gedacht habe, so, den ersten römischen Pfanne. Nicht schlecht. Also, wie gesagt, ich bin gerade mal, ja, ich würde mal sagen, von eben, von der Einstellung bis hieren, vielleicht 5 Meter gegangen. Also, das ist schon die erste Münze nach der Einstellung. Ja, hoffen wir mal, dass es so weitergeht und dass vielleicht noch ein paar schönere Funde kommen, aber ist schon vielversprechend. Alles klar, dann sehen wir uns spätestens wieder beim nächsten Fund. Also, bis gleich. So, ungefähr 20 Meter weiter wieder ein glasklares Signal. So, ja, mit Doppelton. Liegt jetzt bei 81,82. Und die Ziegel auch hier werden etwas größer. Um das euch mal ganz kurz zu zeigen, Detektor beiseite legt. Da. also, hier werden sie schon mal größer. Aber hier muss ich schon graben. Ich denke mir mal, der wird zwar auch nicht sehr tief liegen, aber man muss es wenigstens hochholen, die Erde. So, ich nehme euch wieder mit, stelle euch hin und wir gucken mal, wo wir das essen. Ach, und direkt auch hier wieder der nächste ölmische Volli. ja, das sind eben, ja, der eine freut sich, ja, der andere wie ich, ja, ist ein Volli eben halt, ne. Ist auch schon ziemlich sehr runtergerockt. Das hat aber auch nichts damit zu tun, dass der sehr abgegriffen war. Ich glaube, das ist alles eher der Landwirtschaft zu verdanken. immer das Aufflügen, Unterflügen. Also, das sind Münzen, die also nicht viel gegenzusetzen haben gegen, ich sag mal, Einfluss der Chemie. Ja, aber nichtsdestotrotz, es ist ein römischer Fund und wir sehen uns nachher beim nächsten Fundfinal. bis gleich dann. So, jetzt haben wir hier schon wieder das nächste Signal. Wo ist es jetzt? Hier. Kommt ganz schwach mit 73 rein. Geht runter jetzt bis 66 und jetzt sogar ohne Leitwert. Aber ich habe ein klares Signal. So, also, das wird jetzt mal ein bisschen tiefer liegen. Ich werde mal jetzt den Texte beiseite nehmen. Und ihr seid mit dabei. So, wollen wir erst mal gucken, wo es ist. Hier war es ungefähr. Ach, der Boden ist total weich. Also, dass da überhaupt was anzeigt, das wundert mich. Generell tiefer. Ja, hoffen wir mal, dann auch mal was ist. So, So, Hund ist draußen. Ich packe euch mal wieder zur Seite. Kamera auf den Aushub gerichtet und dann wollen wir mal nachschauen. Na, so klein? Ach, hier, hier. das ist die Schippe. Ach, warum hat denn? Ach, da liegt. Okay. Ach, okay, 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 was anderes. Also, keine römische Münze. Ich könnte mir schon vorstellen, was es ist, aber das kann ich erst mal sauber machen. Oder? Doch. Oder? Na ja, ich weiß es noch nicht. Also, für mich scheint es eine Lilie zu sein. Ja, doch, hier an den Seiten ziemlich schlach. Es könnte von einem römischen Lilien-Schlüssel, sag ich mal, ein Bruchteil sein, der obere Kopf. Also, von wirklichem großen Lilien-Schlüssel. Weil hier unten sehe ich kein Rost, also, wo eigentlich der Eisenschaft, der Eisenbad in der Nähe sein würde. Also, ich denke mir mal, oder kann natürlich auch ein Lilien-Beschlag sein. Das kann ich noch nicht so sagen. Also, das ist mal jetzt was anderes als wie eine römische Münze. Wir haben jetzt schon mal, ja, für mich ein interessanteres Teil aus wie eine Münze gefunden. Also, ist hier mehr zu erwarten, so wie ich denke. Also, wir sehen uns spätestens nachher beim nächsten Fund wieder. Bis nachher. So, ein weiteres Signal. Und hier sind auch schon die Ziegel etwas größer. Da ist er euch mal schnell, hier. Also, wir kommen schon ziemlich nah zur Hauptschraube. Ach ja, auch hier, wie ich gerade sehe, auch ein Stück Keramik schon. Aber, wollen ja erst mal gucken, wo es hinaus ist. wollen wir noch mal gucken, wo das Signal ist. Oh, ein ziemlich hoher Leitwert diesmal. 92,93. hoffentlich kein Granatsplitter, weil das ist so die Leitwert. Aber, das wollen wir jetzt mal. Skala. Aber, wollen wir jetzt mal gucken, was das ist. Brand. Ja, schon das Gefühl, dass es ein Granatsplitter ist. Ist es draußen? Ja, hier ist es draußen. Ja, immer was anderes zu haben, aber hoffen wir mal, nicht, dass es ein Granatsplitter ist. Detektor beiseite, ich nehme euch wieder mit bei der Fundbehergung. Detektor zur Seite, erst mal das Detektor, die Schippe, sonst kriege ich die Schippe an. Ich werde nicht mehr. Ach, ja. Genau, für solche Momente gehe ich suchen. Der erste Dinar und es ist ein Republik-Dinar, ein Zacken-Dinar. So, den hat man auch nicht allzu häufig. Wer den Pino kennt, das ist ja einer meiner Sucherkollegen, der hat ja mal einen größeren Fund am Rhein gemacht mit Republik-Dinaren und mitunter auch Zacken-Dinaren. So, für die Leute, die sich nicht so gut auskennen, Republik-Dinare, Zacken-Dinare oder wie gesagt, die Zacken sind dafür gedacht, das sind Prüfstellen, dass das auch wirklich silber war. Früher hatte man ja nicht wie heute, sag ich mal, wenn ihr einen 100-Euro-Schein oder einen 50-Euro-Schein habt, habt ihr die die Geldschrift, um zu gucken, ob es echt ist. Früher hatten die Römer da sowas nicht, also haben sie Zacken in die Denare gemacht, um den Leuten zu zeigen, pass mal auf, der Denar ist massives Silber. So, und Republik-Dinar, um euch das auch mal zu erklären, eine Republik-Dinar, der ist vor der Zeit Christo gewesen. Also das heißt, der ist also vor 2020 geprägt worden. Wir haben ja jetzt das Jahr 2020, also ich denke mir mal, der wird so um im ersten Jahrhundert vor Christus geprägt worden sein. Wann genau, kann ich noch nicht sagen. Ist ziemlich abgegriffen. Ich muss mal zu Hause, wenn die ihn sauber gemacht haben, ich will jetzt nicht drüber reiben, ich will ihn auch nicht nass machen, aber er ist noch relativ gut erhalten. Das ist eben dem guten Silber geschuldet. Ja, ich werde jetzt nicht drum tanzen. Nein, Carsten, das mache ich auf keinen Fall. Quatsch beiseite. Ein bisschen Spaß muss ja sein. Ich bin ja ganz alleine hier heute. Ist ja keiner mitgefahren, weil die zwei Grad sind. Dem einen war zu warm und dem anderen auch. Also bin ich heute allein unterwegs. Aber wie gesagt, es ist der erste Dinar und ich hoffe, dass weitere Folgen werden. Wäre ja schön. Alles klar. Bis zum nächsten. So, hier sind wir bei dem nächsten Signal. Auch ein ganz klares Signal, aber ziemlich schwach. Schwankt auch von 85 auf 86. Wird auch nicht allzu tief sein. Was ist der Boden hier locker? Ist er noch drin? Nee, das liegt schon oben auf. Und schaut hier, da dran, seht ihr, der Boden ist total locker oben auf. Liegt sie. Ne Römer und es auch schade. Das ist jetzt, um euch mal ganz kurz zu erklären, ein Großvolli. Also ich weiß nicht, wie kann ich das erklären? Also ihr seht ja jetzt hier so meinen Daumen und schlägt mal oben drauf. Also das ist schon einer der größeren Sorte. Ich würde mal sagen, der hat ungefähr einen Durchmesser von, ja, ich würde mal sagen, so an die 50 Cent Stücke. Da hat er euch mal so ein Bild damit mal. Aber ist leider schon in geraumer oder früheren Zeiten unterm Flug gekommen. Also der ist hier weggebrochen. Also der ist so damals nicht verloren gegangen. Also der ist so durch das Flügen hier kaputt gegangen. Aber man kann gut erkennen noch das Kaiser Porträt. Also von der Erhaltung wird es, also ich sag mal auf der Vorderseite, also auf der Kaiserseite wird er noch relativ gut zu erkennen sein. Okay. Ach ja, bevor ich wegtu, das hat auch deswegen was mit zu tun. Ich glaube, solche Münzen waren zum größten Teil, also bei den Großvollis, die waren auf der, also im Ganzen versilbert gewesen. Also das ist ja schon die Zeit 300 nach Christus. Da war es so in der Römerzeit, die hatten da schon nicht mehr so viel Geld oder so viel mehr, ich sag mal, um hochwertige Münzen zu prägen, also reine Silbermünzen. Und da wurden dann solche Großvollis leicht versilbert. Und deswegen ist sie auch noch so gut erhalten, also vom Kaiserportrain. Man kann das hinterher, vielleicht wird man, wenn sie gereinigt sind, vielleicht schon ein paar Silberspuren erkennen können, aber dazu kann ich hinterher mehr sagen, wenn ich sie zu Hause sauber gemacht habe. Okay. Dann sehen wir uns nachher beim nächsten. So. Jetzt habe ich hier mal ein Signal, um euch eben mal auch meine Einstellungen zu erklären. Ich habe euch ja eben gesagt, ich habe die Eisenstellung auf 1 gelassen, um eben Mischsignale zu erhalten. Also ich gehe jetzt mal von diesem Signal aus, ich habe ja schon vorher drüber geschwenkt, dass es sich hierbei um ein Mischsignal handelt. Das heißt also praktischerweise, hier muss ein positives Objekt neben einem oder vielmehr in der Nähe eines Eisenobjektes liegen oder vielleicht beide dicht beieinander so, dass das eben fast so ein Mischsignal ergibt. Und das hört ihr euch hier mal ganz deutlich. Hört ihr das knacken? das knacken, was er hört. Das ist das zweite Signal oder das Signal, also vielmehr das Eisenteil, was bei dem Buntmetallteil liegt oder es ist ein Buntmetallteil, was mit Eisen verbacken ist. Das kann ich aber euch noch nicht sagen. Es liegt auch etwas tiefer und vor allem in der Rille. Es kann natürlich auch sein, weil hier liegen jetzt auch schon wieder größere Ziegel, dass wir uns in der Nähe des Gebäudekomplexes hier uns bewegen. Es kann ja auch sein, dass das Gebäude gebrannt hat, wie auch immer. Wie gesagt, es kann auch natürlich sein, dass das mineralisch ist. Also ich kann es nicht genau also wenn ihr es genau sagen könnt immer was es ist, aber das sind Mischsignale, um euch einfach nur zu erklären, was Mischsignale sind. Und er wird mir auch mit 96 angezeigt, also für einen, der schon etwas länger mit dem Deos geht, weiß, so 96 bis 99 meistens ein tief liegendes Eisenteil. Aber ich, da ich schon wirklich den Deos schon fast mit ins Bett nehme. Also ich kann euch sagen, es ist hier auch ein positives Teil bei. Aber nichts desto trotz, wir wollen erstmal graben. Das ziehe ich nämlich was tiefer. Ihr seid ja leicht dabei. Wollen wir mal gucken. So draußen ist es. also hier ist schon mal das Eisen Teil gucken. Hier bunt Metall Teil wo ist das Eisen Teil jetzt na war bitte nicht oben und jetzt kann der turn klares 86 Signal war auch was tiefer ich würde mal sagen war es anderthalb Schaufel Längen oder eine gute Schaufel Länge für die kleine HF Spule also für die kleine elliptische in dem lockeren Boden nicht schlecht ihr seid ja live dabei mal gucken was es ist hier ach ein Knopf ist kein Knopf Leute es ist ein römischer Schlag und wenn ich sogar Glück habe das kann ich sagen ich will auch nicht drüber reiben könnte in der Mitte wenn ihr jetzt guckt und darauf wie so ein turm aufgesetzt ein zweiter kreis mit einer vertiefung und in der vertiefung könnten überreste von glaspaste sein also wie gesagt der könnte verziert sein also mit glaspaste also schon etwas hochwertiger arbeit so denke ich aber das kann ich erst nach der reinigung sagen aber jetzt habt ihr gesehen Mischsignal und wie ihr seht und das ist kein kleiner also ich sag mal von der Masse her und Größe her größer als die üblichen Vollis und ihr seht und deswegen eben immer die Eiseneinstellung mit dazu der Eisenton alles klar also dann bis so hier nach äblicher zeit mal wieder ein weiteres gutes positives signal reitwert wie wir sehen können bei 85 ich glaube ich sehe schon ich sehe schon ich sehe schon ach ja das ist mal wieder ein schöneres teil ich will jetzt nicht drüber reiben ich denke ein beschlag würde es sein oder doch ich gehe von einem beschlag aus also hier sieht man äh auf dem Bild ganz schön die Vernietung ich will jetzt nicht drüber rein ob es jetzt römisch ist sei dahingestellt also ja wie gesagt das heißt ja nicht zwingend weil ich jetzt hier äh in der römischen Streuung rumlaufe dass alle Funde gleich römisch sind aber das kann ich euch hinterher sagen wenn es sauber ist also aber wieder ein schönes teil so dann bis zum nächsten so hier haben wir das nächste signal ein 70er signal 66 bis 70 ziemlich an der Oberfläche dann machen wir direkt mal den Pinpointer gucken ja da haben wir doch schon ach ja ein klitzekleiner Volley da oben an der Oberfläche hier legen also so er ist wirklich klein also ja was soll ich sagen jetzt machen wir es mal so wir nehmen mal den Pinpointer zum Vergleich vorne die Spitze und legen ihn mal auf so dass ihr mal seht wie klein der ist ja dann sehen wir uns spätestens wieder auch beim nächsten so hier haben wir ein weiteres signal wieder mal auch ziemlich klar und stabil 63er also zwischen 57 und 63 ist der Leitwert wie ihr seht wie weich der Boden ist das ist ja beinahe wie ein Sand am Meer so schaufe ich glaube das ist in dem Knubbel da drin aber ihr seid mit dabei mal gucken hier ist der Knubbel schaufe 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 ne 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 auch nicht ok dann müssen wir den Pinpointer nehmen ok ich weiß schon mal was das ist oder doch ne das ist ein Stück von einer Fibel also können wir sehen hier ist die Platte hier hinten hier unten saß die Spirale und nach vorne geht es zum Nadelrast also was heißt zur Aufnahme des Nadelrastes also hier die ist also ziemlich platt die wäre normal gebogen gewesen aber so sieht es aus wenn der Traktor ein paar mal drüber gefahren ist ok nichtsdestotrotz auch ein Stück Geschichte wir sehen uns beim nächsten Fund so da bin ich wieder keine zwei Meter Grad von der Fibel entfernt ein weiteres Signal und ich glaube es ist schon zu sehen es ist ein Oberflächenfund könnte nicht so meine Kamera spinnt ein wenig ich glaube das macht wohl auch jetzt die Hitze oder vielleicht steht auch der Akku leer ich kann es euch nicht sagen also das war jetzt ein Oberflächenfund ungefähr ja zwei zweieinhalb Meter nach der Fibel die ich ausgeraben habe lag oben auf ja wie gesagt das ist so der typische römische Doppelknopf schon ziemlich ampuniert ja eben durch die Landwirtschaft aber macht nichts ist dennoch ein Stück römischer Geschichte den ich gerne einpacke und euch auch gerne hier zeige so das kann natürlich gleich passieren da ich nicht mehr ich werde natürlich hier noch ein bisschen länger suchen weil das ist wohl ein Acker der sehr vielversprechend mir scheint ich denke auch hier geht so gut wie keiner suchen die Stelle ist relativ jungfräulich ich freue mich schon wenn sie geflücht worden ist und glatt gezogen wird ich denke mir hier geht noch einiges auf dem Acker ja wie gesagt ich werde mich dann beim nächsten Fund melden oder spätestens bei der Fundzusammenfassung zum Schluss da werde ich euch nochmal all meine Funde die ich an dem Tag hier gemacht habe euch zeigen und ja und das weitere sehr dann natürlich wenn dann Video von mir dann zusammengeschnitten ist also bis dann ganz kurz so dass ihr mich seht noch glaube ich ich hoffe es so so für mich ist jetzt ein Suchertag zu Ende gegangen was unerträglich heiß ich werde euch mal kurz eine Fundübersicht heute hier auch direkt vor Ort geben ich konnte leider aus Gründen und ich hoffe dass die Kamera jetzt durchhält nicht alles zeigen nicht alle meine Funde die ich gemacht habe zeigen vor allem nicht ich sag mal jeder Mistfund dafür kippe ich jetzt erstmal die Tasche hier aus sodass ihr mal einen Überblick habt nicht dass erst zeige ich euch die ganzen Müllfunde und nicht dass er denkt ja der findet nur immer gute Sachen hier können wir mal gucken hier ist so mal die Übersicht von dem ganzen Müll innerhalb von ja ich würde mal sagen das war über 4 Stunden wo ich jetzt hier war was ich hatte das ist jetzt der Müll sind auch natürlich was heißt nicht alles sind auch ein paar andere Münzen dabei also ich würde mal sagen Stüber oder sowas naht ein paar Bleiblomben hier so ein Stück Bronze Ring oder hier noch einer ob das jetzt Antik ist sei dahingestellt ja Knöpfe natürlich auch hier aber das sind ja für mich mag zwar arrogant klingen aber nicht die Funde die ich machen soll das packen wir jetzt mal weg und dann legen es beiseite nehmen das mal hier und ich muss sagen heute von der Masse her was ich gefunden habe hier wirklich auf dem Acker bin ich sehr überrascht gerade deswegen weil der Acker nur gegrubbert ist und wie ich schon zu Anfang erzählt habe ziemlich polvrisch ist und ihr habt das ja auch oder ihr seht ja jetzt beim Video wenn ich am Graben bin das ist als wenn er im Sand gerassen gab also tiefe Funde eigentlich kaum zu erwarten so wie es auch wirklich war es waren war mal ein oder zwei Funde die etwas tiefer waren sonst haben sich alle Funde wirklich in den ersten fünf Zentimeter bewegt so ja oben aufliegend und es war wirklich dann sage ich mal mal wirklich schwer auf dem Acker zu gehen und natürlich auch vernünftig zu gehen so für mich ist aber der Acker deswegen vielversprechend weil es kamen jede Menge römische Münzen so ich habe nicht mehr mitgezählt aber es müssen um die 20 Römer Münzen die schon gewesen sein die zeige ich euch ich werde jetzt auch das sage ich direkt von Anfang an ich werde jetzt nicht jede Münze für dieses Video sauber machen ich werde mir nur ein paar Stücke rausnehmen die es sich lohnt sauber zu machen weil die meisten Pollys die ich hier habe ja eben ja ich sage mal nicht reinigungswürdig mehr sind weil sie eben kaputt sind sind tot und die Zeit dafür die habe ich eben nicht um alles wieder ich sage mal schön zu machen ich werde nur gewisse Sachen schön machen aber nicht desto trotz ich werde sie euch jetzt erst mal alle zeigen ich packe euch mal hier hin oder ich stelle euch mal so weg weil der Boden hinter meinem Auto ist ziemlich hart dann werde ich euch jetzt gleich wenn ich die Sachen all hier auf den Weitspartenschutz gelegt habe dazu holen und dann sage euch was dazu sagen so die ganze Pollys mal auf einem Haufen und wenn wir so gleich mal zählen Schläge das andere alle das keine Münzen sind der den Nase berat einen Moment nicht dass er denkt ich wäre hier eingeschlafen nur ich muss die erstmal alle aus dem Pfunddöschen raus alles drauflegen danach hole ich euch dazu weil wie gesagt das sind jede Menge Münzen auch ziemlich kleine Münzen diesmal wieder mit dabei ich habe alles leer jetzt hole ich euch mal dazu ich hoffe man kann es gut sehen ich denke man mal ist alles gut im Blick jetzt werden wir hier ist der Römische Denar der ist einigermaßen schon sauber geworden in der Dose wie gesagt eben der Zacken Denar die Zacken habe ich euch ja erklärt die sind dafür da um dass jeder weiß das ist eine reine Silbermünze so und das sind jetzt die Vollis das ist jetzt einer zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf dreizehn vierzehn fünfzehn sechzehn siebzehn acht neunzehn neunzehn vollis ein denar sind 20 münzen der doppelknopf das lilienteil der eine beschlag hier ein anderer beschlag hier noch ein bronzenagel und die fiebe also wie gesagt für was über vier stunden und ja hat über vier stunden eine relativ hohe ausbeute von der qualität her würde ich sagen nicht so gut bis außer der denar der eine beschlag oder vielleicht die zwei beschläge mal gucken was es mit der lili auf sich hat das werden auch die funde sein die ich reinigen werde einen moment mir läuft die nase echt ja wie gesagt die ich reinigen wäre hier nochmal zum vergleich der ganze schrott also nicht dass er denkt ich war nicht fleißig genug aber wie gesagt ach quatsch hier ist noch eine münze die liegt da nehmen also wie gesagt 20 voll so eine daneben gefallen 20 voll und ja ich setze mich mal hier ich bin echt glatt heute ja 20 voll 1 denar die beschläge ja und wenn sie sauber sind will ich euch nochmal gewisse funde zeigen und auch was dazu sagen aber ich glaube eher das wird so zum schluss sein ich werde das nicht mehr so machen wie früher so noch zum schluss noch mal danke an jochen meinen sponsor von www.abenteuer-schatzsuche.de für das sponsoring und vor allem ich bin total und da können wir glauben mit xp total zufrieden für die leistung heute wieder auf dem acker also wie gesagt ein tolles gerät der deus ja nichtsdestotrotz jetzt ist das video zu ende und ich möchte noch zum schluss sagen dass ich das video dem georg gripps widme der ist ja vor ein paar tagen oder vor je woche ist ja leider im urlaub verstorben ich hoffe dass der georg von oben runter guckt ab und zu mal mir über die schulter vielleicht mir da und hier mal einen wink gibt ansonsten man sieht ja wie schnell so ein leben vorbei ist ja ansonsten sehen wir uns spätestens beim nächsten video von mir also bleibt gesund und wir sind wie gesagt beim nächsten video oder spätestens im nächsten monat auf meinem roten also bis dann ciao bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann Vielen Dank.